Sie war schon da, als die meisten noch gar nicht wussten, was Luftdichtung ist. Unsere Dampfbremse DBplus wird 30 Jahre alt. Sie ist ökologisch, schützt vor Baufeuchte und hat die besten Werte im Schadstofftest. Ihr könnt sie mit allen Faser- und mattenförmigen Dämmstoffen kombinieren. Und durch das Armierungsgelege ist sie außerdem auch für Einblassdämmstoffe geeignet. Die DBplus ist feuchte Variable. Sie kann ihren SD-Wert verändern und somit auch die Baufeuchte aus der Konstruktion rausleiten. Das Bauteil hat dadurch ein größeres Rücktrocknungspotenzial. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut auf unsere Webseite oder in unseren Blog. Dort findet ihr die passenden Systemprodukte, wie die zwei hier. Und abonniert doch unseren Newsletter, da kriegt ihr viele schöne Praxistipps. Und folgt uns auch in den sozialen Medien, das heißt YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn oder wo wir sonst noch aktiv sind. Bis zum nächsten Mal!